Ja, Martin Pfeiffer hier, profunder Keyboarder und er hat verschiedenste Keyboards von der Hammond über die digitalen Keyboards und er hat natürlich sich jetzt endlich mal, nachdem er auch eine B3 hat von Hammond, eine Original B3, ein Original Rhodes Mark II wie das hier zugelegt und Tom Wauch hat das gerade überholt und man braucht natürlich da eine entsprechende Verstärkung, wenn man über das PE oder über Aktivboxen geht und da ist ja natürlich hier sehr bekannt und beliebt seit Jahren der Suitcase Piano Preamp von Reusenzähn, der ein alternierendes Stereo-Vibrator macht, Vollröhrenschaltung mit einem schönen Hall drin und ja, Martin Pfeiffer ist jetzt noch auch Autor von der Zeitung, der Tastenwelt, sehr renommierte Zeitung und spielt ganz wunderbar und wir lassen ihn mal spielen, genug der Worte, Martin Pfeiffer, bitte und die Handlung, der Tastenwelt, sehr renommierte Zeitung und die Einen, der Tastenwelt, sehr renommerte Zeitung Untertitelung. BR 2018 Sehr schön. Martin Pfeiffer, Rhodes Piano Mark II und der Suitcase Piano Priam von Reusenswein. Wir freuen uns. Viel Spaß. Bis dann. Ciao.